Willkommen bei der Firma Hofmann Wir werden heute einen Sonotransport von links nach Satellit begleiten Wir transportieren heute ein größeres Industrieanlagenteil Wir werden dadurch eine Gesamtlänge von 26 Meter, 5 Meter Breite und 4,30 Meter Höhe erreichen Der Transport wird mit vier Begleitfahrzeuge von der Firma Vellner begleitet Ein sehr eingespieltes Ding Ich habe dann noch zwei Techer, wenn ich rauskomme Der ist sofort Kastenwagen S4, das ist auch nicht bei der Bucke Um solche Projekte umzusetzen, braucht man Mitarbeiter, die mit 200 Prozent und vollständig und vollem Engagement dahinter stehen Danke nur mehr an das ganze Team und besonders an unseren Fahrer Michael, auf der immer viel Verloss ist Ich bin der Michael Hofmann, ich und meine Mannschaft freuen Sie auf das nächste Projekt mit Ihnen Vielen Dank Vielen Dank